Überschreitungen, 3. Platz. Bist du mehr glücklich oder mehr über das Thema? Ja, ich bin glücklich über das Entwicklung im Tournament. Ich war wirklich auf einem guten Level. Am Ende war ich 3. Das ist trotzdem okay. Aber ich bin ein bisschen über das letzte Tag. Heute war ich sehr aggressiv. Ich war auf dem Takeoff, aber das Flugzeug nicht gut ging. Es sind kleine Dinge, die entscheiden, ob es Spaß gibt. Oder es kämpft für ein bisschen eine Distanz. Bist du, dass es eine Unterschiede macht, wenn du in der Training kamst? Nein. Es war eine gute Strategie, um wirklich zu resten. Ich brauche es. Der Tournament war sehr gut. Ich war noch in guter Form. Aber es war nur die Aerodynamik, die heute schlecht waren. Und das ist das, was mir Spaß macht. Ich war wirklich gut in 3 Heels. Aber das ist alles. Ich akzeptiere. Ich muss mich besser sein. Und das machen. Und das mache ich in den nächsten Wochen. Und das war. Ich glaube, es war eine der größten Tests für den Tournament. Die größten Tests? Weil die Unterschiede zwischen den Top 3 waren sehr klein. Es war interessant für die Zuschauer. Aber für mich war es keine andere Wahl, als nur zu attackieren. Nach Garmisch war der ersten Tests. Es war sehr schlecht. Aber das war. Und ich war in der ersten Tests. 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 Und ich war in der ersten Tests. Ich war glücklich, dass es eine sehr gute Tests war. Ich war glücklich, dass es eine sehr gute Tests war. Man kann nichts sagen. Thomas Tietert war stark. Also Preutz und Morgenstern. Ich akzeptiere das. Was ist so speziell für dich, Simon Ammann, dass du immer in der Olympischen Saison bist? Ja, es ist kein Geheimnis. Aber ich arbeite hart. Für Jahre, um etwas zu erreichen. Und dann möchte ich alles gehen. Viele andere machen das auch. Aber diese Olympischen Saison sind noch nicht... Niemand hat sie gewonnen. Und es ist immer noch eine große Tests. Und es ist eine große Tests. Vielen Dank. Und gute Glückwunsch in der nächsten Tests. Vielen Dank.